Ich will dir jemanden vorstellen, hm? Hey! Das geht, ich bin vorn. Wie geht's? Ich bin Ken. Gut gemacht. Diese Jungs sind dir also aufgefallen, ja? Oh ja. Mann, das ist toll, dass du da bist. Ja, danke, aber was kommt als nächstes? Nun, es gibt da diesen Taco Truck auf der Sechsen. Und die machen da diese Shrimps. Mhm. Einfach der Wahnsinn. Kellner ist wohl kaum hier wegen der Tacos. Ja. Oh, Mann. Ich meine, ich mag ja Tacos und so, aber ich bin mit dem Team und ein paar Wagen da. Lieber ein bisschen Spaß haben statt Essen. Ja, ja, klar. Macht ihr mit? Hey, mach keine Witze, Mann. Ich bin zartbeseitigt, weißt du. Nein, 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 im Ernst. Macht, äh, macht ihr mit? Oh Mann, klar machen wir mit. Okay, das ist der Plan. Ja, wir hauen ab, drücken auf die Tube, dann Shrimp Tacos. Hammer. Die richtige Reihenfolge. Alles klar. Ja. Also los, guys. Ready to rock? Komm. Ja, wir sind auf. Ja. 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 Ja.